Ob schon die offizielle Zahl von den Schuermöhren liegt im Oktober 2021 am Blatt mit 15.417 liegt täglich in dem Niveau von 94,4 Jahren, da das im Minus zu 14,10 Prozent, bleibt das Problem von der Langzeiterbungslosigkeit akut. Die Zahl der Menschen, die seit mehr als 12 Jahren bei der Erde mal geschrieben sind, liegt bei 7.955. Der Zehnterzwerg, 9,2 Prozent Männer, wie am selbischen Zeitraum 2020, mehr die Zahl weiß doch, dass Langzeitschuermöhren die Majorität von der Schuermöhren in Emsberg. Die Zahl von den Menschen, die seit mehr als 12 Jahren inaktiv sind, die also entweder geschafft nach einer Beschäftigungsmustnahme wären, liegt bei 5.370. Am April 2019 waren es 40,90 Prozent von den Schuermöhren Langzeiterbungslosen. Am April 2020 waren es 42,590. Am Juni des Jahres waren es jährlich über 50 Prozent Langzeiterbungslosen. Erbungslosen. Es geht darum, wie in den Trend lösen und lösen geht. Langzeiterbungslosen geht aus der Cerkele Visier. Gerade wie immer mehr schwerer aus der Drogenzene rauskommt, je länger er dran ist, so geht es auch immer leider mehr schwerer, aus der Langzeiterbungslosigkeit rauszukommen, je länger er dran ist. Was ist das Profil von den Elekten? Majoritär sind Elekte von der Vierteljur, die aus gesundheitlichen Gründen ihren traditionellen Beruf nicht mehr ausüben können. Einzelmenschen hatten auch ein Burnout und dürfen sie gekündigt. Meistens sind aber Menschen mit niedriger Qualifikation, die herkörperlich erblich zu machen, zum Beispiel Menschen, die den Bau schaffen. Von diesen Menschen, Probleme mit ihrem Rücken oder ihrem Knie kriegen, müssen sie Dachs ein neues Erbnis sichern. Dabei kommen Menschen mit limitierter Erbniskapazität, wie beziehungsweise Menschen mit einem Handicap. Gerade für das liegt es also schwer, aus der Langzeiterbungslosigkeit rauszukommen, weil Dachs ganz unrealistisch fördern, als sie gestalt gehen. Langzeiterbungslose haben schon in einer normalen Zeit mehr Probleme, einen neuen Platz zu verhandeln wie einer liegt. Durch die Corona-Krise ist das ganz sicher ein bisschen schwerer für diese Menschen. Sie haben noch mehr Probleme, Online-Formationen zu machen. Bei der Berufsgruppe sind tatsächlich die Noreka, die in den Einzelhandelssektoren betroffen, wie auch der Bauensektor. Die Verschweizenmere ist auch ganz klar, gibt man sie in den Häusern, die die Berufsgruppen nach zusätzlich belegten. Ich will eine Klammer aufmachen. Ich muss noch was sagen, an diesem digitalen Zeitalter, wo wir leben, dass man dort nicht alle Matten auf die Weg kriegen kann. Das ist unmenschlich. Ich möchte noch drei vermissbare Gedanken machen. Da haben wir auch ein Party-Erbungsplätze für die Lektreservierungen, die aus dem Milieu nicht rauskommen. Und da haben wir auch Plätze für die Lekt, die nicht im digitalen Zeitalter gewesen sind. Und da haben wir auch einen Denkfehler, die mir alle Bande machen. Ich habe auch durchgebracht, da sollen wir jetzt mal einen Gedanken machen. Erinnern, weil ich auch noch ein paar Förderungen aus dem Wahlprogramm von 2018. Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit fängt schon bei der Schule an. Die Ausbildung an der Orientierung. Dann war es dann der Weg der Bildung für die Qualifikation von den Arbeitslosen und der Förderung für die Betriebe, um ihn nur bei ihnen zu bringen. Weil das nicht aber völlig ist, sollte dann auch Ausbildungen mitfinanzieren, die mir lange dauern, schuld von der zweiten Chance, Kuren an der Informatik, Ausbildung an der Pflege, an dem Gesundheitssektor. Lekt, die mehr als wir von Ihrem Fernsehen vor jetzt schon sind, und dadurch haben wir schwer zu vermitteln sind, muss ich von der Erde gezielt geholfen werden, spezifische Formationen, dürfen wir auch bei der anderen einzelnen plasseren geschärflichen ländlichen die Punkte durchbekommen. Der derer ist sich bewusst, dass doch bei allen Erstrengungen weiterhin ein Reifeleck geht, die aus verschiedenen Ursachen nicht nehmen oder nicht mehr kann eine ganz schwere Umstände Abismat angegliedert gehen. Für das Leck soll nur ein Bildung von ihrer Kompetenzen eventuell zusammen mit den zuständigen Instanzen, zum Beispiel die Revies, Anlass-Service oder Institutionen, die Reläge, die verhüllen, das Gesamt besonders für die dann um den dritten Erbismert zu plassieren. Zum Schluss erlebt man da vielleicht die ganz kleine Probleme anzuschätzen, dass Chlor, dass bei all Gesetz, oder bei all Gesetz, das Einzelabüge gehen, und so als doch an dessen Bereich, an das Werflut, weil man geht von all den Leuten, die mit vielen Tricks schaffen, für sich Landsterbungslosigkeit zu drücken, die dann auch schlecht liegt, ob die 99 Prozent durchgehen, für die dann rauszuhplicken, und da wir auch alle Erstrengungen möglich und sinnvoll für das zu verändern. Das gesagt, die Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.